Der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze, ist ein sehr passender Satz über den deutschen Fußballpokal. Regelmäßig schaffen es kleine Vereine aus den niedrigsten deutschen Ligen, es den großen Profi-Clubs aus der 1. und 2. Liga schwer zu machen und eventuell diese sogar zu bezwingen. Denn wie gesagt, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Gilt das aber nur für den deutschen Pokal? In diesem Video zeige ich euch die international 6 verrücktesten Pokalüberraschungen in den letzten 15 Jahren. Nummer 5 GFA Remilier-Vallière Der GFA Remilier-Vallière ist ein Fußballverein aus Remilier, einer Stadt mit 15.000 Einwohnern und liegt in der Nähe der französisch-schweizer und französisch-italienischen Grenze. Der 1932 gegründete Club GFA Remilier-Vallière war nie eine bekannte Nummer in Frankreich und hielt sich meistens in den französischen Amateur-Ligen auf. Erst ab der Saison 2020-21 änderte sich der Bekanntheitsgrad des Vereins enorm, als man im Coupe de France, also dem französischen Fußballpokal, einen heftigen Lauf hinlegte. Der französische Viertligist schaffte es ziemlich weit, erreichte das 16. Finale, das 8. Finale, sogar das Viertelfinale. Ab da sollte nicht Schluss sein. Man besiegte im Viertelfinale den damaligen Zweitligisten FC Toulouse mit 2 zu 0 und zog als Viertligist ins französische Pokal-Halbfinale ein. Im Coupe de France-Halbfinale traf man auf den Aas Monaco und der GFA Remilier-Vallière wurde mit einer 5 zu 1 Niederlage wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht. Trotz der hohen Niederlage war der Pokallauf von GFA Remilier echt erstaunlich, vor allem weil er heute nur noch in der 5. Liga spielt. Nummer 4 USV Eschenmauren 2011-12 Der USA Eschenmauren ist ein Lichtensteiner Fußballverein und wurde am 3. Dezember 1963 gegründet. Obwohl der Fußballverein aus den Zwergstaaten Lichtenstein kommt, ist der Verein Teil des Schweizer Fußballs, zumindest in dessen Ligensystem. Denn da das Fürstentum Lichtenstein keine eigene nationale Liga verfügt, sondern nur einen eigenen Pokal, nimmt der USV Eschenmauren sowohl am Schweizer Ligasystem als auch am Lichtensteiner Pokal teil. Während aber der USV in der Schweiz aktuell in der 4. Liga kickt, erreicht der Klub in Lichtenstein des Öfteren das Finale. Auch wenn alleine das Erreichen des Pokalfinals in Lichtenstein nicht schwierig ist, ist es das Gewinn diesen Pokals schon. Seit 1997-98 kennt der Fußball in Lichtenstein nur einen Pokalsieger, und zwar den FC Vaduz. Der FC Vaduz, der regelmäßig in der 2. selten mal 1. Schweizer Liga unterwegs ist und aktuell sogar international spielt, ist ein garantierter Sieger auf den Lichtensteiner Pokal. Kein Verein konnte in den letzten 25 Jahren den FC Vaduz vom Thron stoßen, außer einer der USV Eschenmauren. Dieser schaffte 2011-12 das Unmögliche und besiegte den FC Vaduz im Elfmeterschießen, und seit 1997 wurde man ein anderer Verein Lichtensteiner Pokalsieger. 2012-13 konnte der FC Balzers es fast wiederholen, aber der USV Eschenmauren blieb bis heute der letzte Lichtensteiner Pokalsieger der letzten 25 Jahre, der nicht aus Vaduz kommt. Nummer 3 Lincoln City FC 2016-17 Der Lincoln City Football Club nicht zu verwechseln mit Lincoln Red Imps aus Gibraltar ist ein englischer Fußballverein aus der gleichnamigen Stadt Lincoln. Der 1884 gegründete Fußballverein war in der Geschichte selten in den höchsten Ligen Englands unterwegs. Seit 1961 spielte der Verein Lincoln City FC zuletzt in der 2. Liga und rutschte daraufhin sogar bis in die 4. ab. 2011-12 erreichte der Verein den größten Tiefpunkt, in dem man in die 5. Liga angelangt ist und dort sogar nicht mal für einen Mittelfeldplatz reicht. Der Verein ist von nun an in die Bedeutungslosigkeit gefallen, und kaum einer hat noch an den Lincoln City FC geglaubt. Bis auf einer, Danny Corley. Danny Corley übernahm die roten Kobolde in der Saison 2016-17 und machte aus einem typischen Mittelfeldklub in der 5. Liga einen unberechenbaren Aufstiegsfavoriten. Nicht nur in der Liga war der Verein unaufhaltsam, sondern auch im FA Cup. Dort schaffte es der Verein, sich gegen Oldtime Athletic, Ipswich Town, Brightlandhof Albion und Barnley FC durchzusetzen, sodass man am Ende als Non-League-Club im Viertelfinale des FA Cups steht. Dort riss leider der Lauf von Lincoln und man verlor das FA Cup Viertelfinale 5 zu 0 gegen den FC Arsenal. Am Ende der Saison meisterte man den Aufstieg in die 4. Englische Liga und beförderte sich bis heute sogar in die 3. Liga. Nummer 2 FC Pushing 2012-13 Der FC Pushing ist ein österreichischer Fußballverein aus der oberösterreichischen 7600 Einwohner großen Gemeinde Pushing. Der Verein hatte einen Vorgänger namens SKÖ Pushing. Dieser Verein bekannt am österreichischen Fußball und spielte zwischen 2003 bis 2007 für 5 Spielzeiten in der österreichischen Bundesliga und kam 2003 sogar ins Finale des UEFA Intertoto Pokals. Nachdem der Verein 2007 nach Kärnten umgezogen ist, wurde der Verein in SKA Austria Kärnten, später FC Superfund Pushing, neu gegründet. Dieser neue Verein kam danach nicht mehr ansatzweise an die alten Erfolge des SKÖ ran und spielte größtenteils in der Regionalliga. In der Saison 2012-13 schaffte der FC Pushing eine Überraschung und startete im ÖFB-Pokal einen riesigen Lauf. Man besiegt unter anderem den SV Austria Salzburg 2 zu 1, den SC Austria Lustenau 3 zu 2, SK Austria Klagenfurt 2 zu 1, Rapid Wien 1 zu 0 und nach einem unglaublichen 1 zu 2 Auswärtserfolg gegen den FC Red Bull Salzburg im Halbfinale ebnete man sich den Weg ins Finale um den österreichischen Fußballpokal. Dort traf der Drittligist auf den Erstligisten Austria Wien und es blieb bis zur Halbzeitpause ein torloses Unentschieden. Erst zwei Minuten nach Anpfiff der zweiten Hälfte machte Daniel Subkova den 1 zu 0 Führungstreffer für Pushing und es sollte auch das Endergebnis sein. Der FC Pushing gewann 2011-12 den österreichischen Pokal als Drittligist. Nach vier Jahren in der zweiten Liga spielt der Verein heute wieder in der Regionalliga. Seit Juli 2017 ist er jedoch nicht mehr unter den Namen FC Pushing bekannt, sondern als FC Juniors Oberösterreich wurde zur Reservemannschaft des Linzer Klubs LASK. Bevor wir zu unserer Nummer 1 kommen, gibt es ein paar lobenswerte Erwähnungen, die es nicht in die Top 5 geschafft haben. Cruley Town FC 2010-11, Bradford City FC 2014-15, Cedi Mirandes 2019-20, Garnet Roussillon FC 2020-21 und der Laluz FC 2022. Nummer 1. VF L'Airbier Foot. Der VF L'Airbier Foot ist ein französischer Fußballverein und wurde 1991 gegründet. Der in Rot-Schwarz spielende Klub ist eher semiprofessionell unterwegs und hält sich meistens in der dritten französischen Liga auf. 2015-16 stand der Verein auf Platz 15 in der Liga und müsste eigentlich in die Relegation gegen den Luson FC. Dieser musste jedoch Insolvenz anmelden, sodass die Roten Teufel letztendlich in der Liga bleiben durften. Zwei Spielzeiten später, 2017-18, beendete der VF L'Airbier Foot wieder die Saison auf Platz 15 und zum Gegensatz zum letzten Mal, muss der Verein tatsächlich den Gang in die vierte französische Liga hinnehmen. Auch wenn die Leistungen in der Liga miserabel waren, waren es die im französischen Pokalwettbewerb 2017-18 nicht. Die Rot-Schwarzen Teufel starteten einen Megalauf und erreichten über Vereine wie den FC Saint-Lau, A.G. Husser, R.C. L'Anse und F.C. Chambly überraschenderweise das Finale des französischen Pokals. Dort traf der Drittligist auf Paris Saint-Germain und verlor gegen diesen nur 2-0. Und wenn wir uns die Karte der beiden Mannschaften mal angucken, ist ein 2-0 schon peinlich für P.G. und krass für L'Airbier Foot. Ja Leute, das war's auch mit diesem Video. Kennt ihr noch weitere kleine Vereine, die es im Pokalwettbewerben weit geschafft haben? Schreibt diese gerne mal in die Kommentare. Folgt mir zusätzlich auf den Social Media Kanälen. TikTok und Instagram sind in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr wissen wollt, wie es der FC Vaduz in die Conference League geschafft hat oder welche Vereine nach echten Personen benannt sind, dann klickt hier in der Endcard. Dort könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Das war's für den Video. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao.